Hallo und herzlich willkommen bei Runners Point. Aus der Reebok Easy-Tone-Serie zeige ich euch hier das edelste Modell, den Easy-Tone Renew Looks. Die Idee hinter den Easy-Tones ist, bei jedem Schritt die Muskeln zu aktivieren, die Beine und Po straffen. Durch die besondere Bauweise, den eingearbeiteten Luftpads, wird die Bewegung bewusst destabilisiert. Dadurch wird bei jedem Schritt die Muskulatur in der Wade, im Oberschenkel und im Gesäß besonders aktiviert. Das Easy-Tone-Element ist von einem breiteren Rahmen aus Zwischen- und Außensohlenmaterial umgeben. Dieser sorgt für zusätzliche Stabilität, wenn Vor- oder Rückfuß maximal belastet werden. Das Top-Modell besticht durch hochwertigste Verarbeitung, einen tollen Lederschaft und eine TPU-Spange, die für zusätzliche Stabilität sorgt. Durch den permanenten Luftstrom zwischen den beiden Kammern wird eine permanente Anpassung des aufrechten Standes erforderlich. Das edle Allround-Modell ist besonders trainingseffizient und super bequem durch die Smoothfit-Konstruktion und die nahtlose Verarbeitung im Inneren. Den Easy-Tone Renew Looks von Reebok erhaltet ihr in unseren Runners Point Filialen oder hier im Online-Shop unter www.runnerspoint.com. www.runnerspoint.com 10-70m 10-70m 11-70m 11-70m 13-70m Er hole Fernсли Der Vo funding 12-70m 11-70m 11-80m Vielen Dank.